Also, wer will der da nicht weggehen? Ja, ich habe es. Okay. Da konnte ich durchbringen, aber alle anderen nicht. So, machen wir mal einen Durchschlag. Okay. 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 Wir haben die Klapperkiste down gekriegt. Ich habe aber halt keine Ahnung, ob wir jetzt überhaupt noch hier durchkommen. Also, ob wir mit der Rope die Möglichkeit haben, ins Arbeitszimmer zu kommen. Oder ob wir von vornherein als Eindringlinge hier drin jetzt gebrannt magt sind. Okay. 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 Wir müssen den durchsichtigen Kristall in das Loch setzen. Der Kristall schnappt in seine vorgesehene Vertiefung mit einem sanften Klick. Die umgebenden Edelsteine leuchten sofort den brillanten Farben-Frontlichtern auf. Ja. Die Edelsteine drehen. Ja. Jetzt sieht das ganze wenigstens wieder schön aus. Jetzt habe ich wie gesagt Glück. Und komme jetzt mit der Rope und dem Cedar-Codewort weiter. Wenn ich Pech habe, habe ich es verkackt und muss mich dann durchkämpfen. Was ich mit meinem aktuellen Zustand nicht wirklich kann. Weil gegen mehrere von den Automaten da oder Animaten komme ich nicht an. Ja. 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 Wir müssen das auch mal ein bisschen an. Yes, certainly Ne Ich kann mit dir nicht mehr reden, nein Wenn ich hier einfach reingehe, ist er gleich aggressiv Obwohl ich die Robe von Akimir trage Ich kann mit dir Nächste Möglichkeit ist, ich versuche vorsichtig an dem Automaten vorbei zu schleichen In der Hoffnung ins Arbeitszimmer zu kommen Dort den Code zu finden Ja, das wird nichts bringen Natürlich Ja, wenn sie gehen ins Zauber und sehen zwischen giftigen Wolfen und Feldszungen Auf dem Plakete steht Paradies für die Verdorbenen Ja, ein Haufen Plaketten und alles Sag bloß, der Wächter hier oben ist abgehauen Sehr schön Ah, Mist Das Fenster zur Bucht hinaus gibt den Blick frei auf Mövenneste, die auf den Felsen von der Kataka zu finden sind Zerfetzte Notiz Die Kombination zur Schatzkammer ist erraten worden Diamant, Rubin, Rubin Saphirs Mark Den Rest müssen du und dein Freund übernehmen Enttäusche mich nicht Akimir wird euch keine Gnade erweisen, wenn ihr entdeckt werdet und von mir habt ihr noch Schlimmeres zu erwarten Eine schriftliche Anmerkung am Rand, die in verschiedene Handschriften geschrieben ist, lautet Auftraggeber Konzelhaut Kalakow später untersuchen Äh Hm? Habe ich scheinbar doch noch Glück gehabt Die Kombination irgendwie aus dem Arbeitszimmer zu klauen Ohne die gesamte Belegschaft auf mich aufmerksam zu machen Das heißt zurück durch den Kesselraum Ich hätte das sicherlich auch anders anstellen können, indem ich unten direkt nach oben gegangen wäre und mir die Robe geholt hätte Okay So Ja, durch den Riss quetschen. So, die Kombination, die du gefunden hast, reingeben. Du trägst die Edelsteine in ihre vorgesehene Konfiguration. Das Kreuz, Scham, der Steine gewinnt an Laussteiger, als die Tür den Weg freigibt. Oh, da er kommt. Die Sache. Gut, machen wir das Ganze nochmal, weil ich will nicht, dass jeder hier eine Wunde kriegt. Wir müssen entschuldigen. Ich rieche magisch in der Luft. Oder Imp-Droppings. Oder beide. Könnte die Falle bitte mal auftauchen? Hm? Natürlich. Lymphom. Trankt und durchdringt den Schläge. Schloss Schwierigkeit 11, Gesamtmechanik, ein Dietrich, aha. Achtsstein. Ja. Ich würde eigentlich jetzt gerade am liebsten die gesamte Aufnahme-Session mal wegschmeißen. Und das LP neu laden. Ähm.